Ich begrüße das Gemüse aus dem Tivoli-Stadion. WSG Swarovski Tirol gegen Tessartberg. Wir kommen zu FIFA 20 Karriere mit dem Tessartberg. Ich habe die letzten beiden Spiele nicht sehr erfolgreich verloren gegen Stumgarts auswärts. Und zuletzt ein Unentschieden zu Hause gegen den WAC, wo man selber sehr, sehr viele Chancen liegen gelassen hat und einfach nicht genutzt hat. WAC hat dann diese eine Chance, die sie hatten, gewandelt und somit ein verdientes Unentschieden. Vielleicht läuft es heute besser oder schlechter. Man weiß es nicht. Ah, schön verteidigt. Giovanni mit der Chance für Wattens. Gefährlich kariert. Im Zweikampf. Und wieder völlig komplett irgendwo ein Ruh. Kopfball von Swete. Das ist ein Wahnsinn. Wenn der Gegner so quer über das Feld läuft, schau mal, wo der mitläuft. Ich meine nicht nachher, er kommt sofort nachher. Ah, was ist denn? Ja, es ist momentan irgendwie komplett der Wurm drin. Und boah, wieder Swete. Trotz der vielen Gegentore, die er bekommt. Immer wieder auch ein guter Goalie. Hält auch sehr viele Tore ab. Hält auch sehr viele Tore. Währt auch sehr viele Bälle ab. Meine Fresse. Mein Deutsches wieder mal. Zum Unglaublichen. Schöner Pass. Mein. Alter. Wieso bleibt er immer stein? Ich hab Abwehr überlaufen. Und nicht hinterlaufen, runterlaufen. Überlaufen, Alter. Kann es nicht sein, oder? Mein, was ist denn los? Es ist keine Zeit, dass die Oli Schnelle rennen. Ja, genau. Und sofort, ja. Das ist unglaublich. Freistoß, Tirol. Ach. So, komm. Gottitsch. Mein Gott, ey. Momentan überhaupt. Es funktioniert einfach nichts. Neee. Äpfel. E zacImUskijanstdas. Manni. Er Niye? Es war nicht vorbei. So, pass auf. Repp, auf heil. Repp, komm. Oh, echt jetzt. Komm, musst du pfeifen, Havara. Komm, Tatech. Gib's dir nicht, endlich. Meine Fresse, wieder seine schwere Geburt. Oh. Alter Verwalter. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Tatech trifft wieder mal nach fünf Spielen, naja, nach vier Spielen. Zweites Tor erst. Im sechsten Spiel. Alter Verwalter. Ah, gut verteidigt. Und weg ist er, ja. Wenn man sich den Ball wieder zu weit vorlegt. Oh. Sweet, äh. Komm, was ist? Was ist Tatech? Ranfiri. Kann sie nicht sein, Alter. Er steht und wartet. Statt, dass er startet, dass ich ihm Pass geben kann. Oh, Gott. Oh. Was fabrizieren die Jungs da schon wieder? Also, schön anzusehen ist der Hartberger Fußball momentan nicht. Na. Pfeift da wieder irgendwas. Oh, ho. Noch da. Ja, er sprintet auf einmal von zehn Metern zum Tatech. Und du so mach es. Immer im Bedrängnis. Immer. Egal, in welchem Match. In welcher Mannschaft. Sie stängern alle Sau dir auf den drei. Oh, Halbzeit. Eins zu null. Führung für T-Satak. Jetzt gilt es noch, Hälfte zwei zu bestehen. Und diesmal, hoffentlich, mehr Tore. Denn so kann es natürlich nicht weitergehen. So, Friesen-Pickel. Ja. Mit der Chance. Ekpar. Oh. So, holen wir endlich unseren ersten Auswärtssieg. Nein, zweiter. Einen haben wir schon im ersten Spiel. Schau, wie schnell. Oh, gut, der Obert. Den Ball. Immer diese Slapstick-Fesse. Komm. Dies. Die Hund steigen hinter drei. Das ist unglaublich. Innerhalb von kürzester Zeit sind gleich drei Leiter. So, komm. Tadic. Jawohl. Zwei zu null. Es ist ab. Dario Tadic. Sein erster Doppelpack in dieser Saison. So. Alle Obert. Plötzlich steht er frei. Und macht das Tor. So. So, Rapp aus dem Spiel. Für ihn kommt. Dominguez. Hö, her. Deinne. So, er ist. So, er wird es. So. 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 Ja mit Ai Wu haben wir verlängert und da war jemand wollte die Ablösesumme bezahlen für Hubert und 2020 auch für Ai Wu Was ist da los? Woran läuft der Ai Wu da jetzt fort? Heute noch von der Vertragsverlängerung war wer anders der im Humboldt hätte sonst eine Bösesumme bezahlt mussten wir verlängern und dann so ein Käse 3 zu 1 Geht doch Jürgen Heil Kann es doch nicht sein Schön gespielt Toller Abschluss Auch er mit seinem zweiten Tor In dieser Saison Auch Sehr schön Und Aaaaah geht nicht durch Gut verteidigt super Dominguez Dominguez Aaaaah Wie Wie Kann einer so schnell sein Der andere langs immer Oh Gut Verteidig Aaaaah wo passt er den hin? Aaaaah Aaaaah den hat Zwete Ohne Probleme Aaaaah Aaaaah Friesenbüchler Er will Tatic Aaaaah Aufgepasst Boah Gefährlicher Schuss So So Wechsel Aflanitis Für Lecher Aaaaah er gibt hier weder eine chance hauli moly war der klaus saurota für albu so letzten drei minuten sind angebrochen so noch ein eckball für den saadberg riesenpickler und das war's nach zwei spielen ohne sieg endlich wieder einer da auswärts reihe zu eins für den saadberg dieses mal es ist gut gegangen war aber auch nicht gerade die beste partie aber tadic hat heute wieder tor gemacht das gleich zwei an der zahl aufatmen erleichterung wichtige drei punkte war wieder nicht das stärkste spiel aber man hat jetzt wieder etwas selbstvertrauen getankt und kam beruhigt genau und zwar in dieses match champions league und zwar gegen fc barcelona hatten wir in fifa 19 auch schon haben da glaube ich zweimal leider knapp knapp verloren gegen barcelona sind wir da in der ersten champs league saison nur in die europa league dann gerückt waren dritter und haben es dort dann bis ins halbfinale geschafft aber eine saison drauf haben wir uns dann den champions league titel geholt und hoffen wir dass es auch heuer wieder funktioniert und zu hause wird das erste spiel in der champions league sein ja einen daumen nach oben wenn euch dieses video gefallen hat ein aber nicht vergessen für mehr videos und ja ich hoffe ihr freut euch schon auf dieses match ich mich auf jeden bis zum nächsten mal schaltet wieder ein bis zum nächsten mal schluss 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 bis zum nächsten mal schluss